Hallo. Ich suche ein behindertes Objekt, das ich schützen muss. So, das Ding funktioniert nicht. Will ich mal einen auf Dr. Ruh? Grabsch, 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 Grabsch! Das Ding muss ich vom Maxi schützen. Oh Gott, ich lebe so schnell ich kann. Pause. Ähm... Oh Gott, ich lebe so schnell ich kann. Pause. Ähm... Mensch, sag, is 5 undisi préciellenited. Uhm... Aber keine Sorgen, morgens oder vergleichen. 5. Höre. Zweig, alarmistische voller. Pause. Ich hab's. Guck mal, ich hab's jetzt und Maxi kommt nicht dran. Scheiße. Alter. So, ich nehm auf. Scheiße.